funquart24.com präsentiert euch heute das funquart edition quad mit planetengetriebe fahrer bekannte leon brunner eine coole fox kleidung sicherheitskleidung hier sieht man schönen planetantrieb gut hier haben wir uns ja noch patent oben drauf sitzen für die anhängerkupplung und so so gegner ist finn luca weiter gut jetzt werde bald endlich mal neun ne bald kommen die chicas an der leon hat schon ne ja daumen hoch so ja finden ist auf dem coolen krassen großen taifun quad mit 60 volt 1200 watt mit differenzial sperre auch cool ist gibt es ab nächsten monat anfang august mit straßenzulassung coole felgen alles drum dran man sieht ja natürlich schon den ganzen größenunterschied jetzt wollen sie natürlich wie immer was am besten machen können und können driften oder fini fini will nicht aber ich kenne einen der will genau leon gibt gummi finn fährt ihr eh nachher wie in ihrer ja man sieht ja es geht schon los wie immer die zwei staub pur was haben wir heute an grad 33 so levin geh mal weg levin komm geh weg gekommen jetzt muss ich aber auch jetzt weg gehen perfekt gedriftet jetzt kommt leon ja bei der schnelligkeit kommt man schon gar nicht mehr näher und levi was hast du dazu genau auge jetzt fahren sie natürlich ganz woanders lang getrennt aber leon kommt schon wieder runter geblasen jetzt kommt finn wieder hoch mit vollgas die zwei können schon richtig gut fahren mittlerweile das freut er mir das freut er das freut es ist heiß guck hier der ollie tut sich wieder entspannen wie immer so jetzt muss man wieder weg gehen jetzt kommen sie wieder eh wieder herunter geflogen wenn sie ihren touren beendet haben ah da hörst du schon was levin komm mal geh mal da schnell weg die wollen driften geh weg da weg da bitte finn mit linke so kann man auch alles ne so kann man auch immer das machen ja die will sagen auch wie sie die fahrzeuge richtig ausbrechen lassen können und unter kontrolle wieder bringen levin will auffahren levin wollen wir auffahren ja jetzt kommt noch einer wieder vollgas da staubt es schon und bis hier immer das heck ausbrechen lassen levin machst du auch staub jetzt sind sie mal wieder halbwegs zusammen ach finn hat sich festgefahren halbwegs wer seinen quad liebt der schiebt levin komm schnell her komm bitte her dann geh nach hinten geh nach hinten so mehr auf fandbad24.com tschüss das ist euer manni finn luca leon brunner und levin joel und olli tschau tschau guau guau tschau tschau